Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Deutschen Podcast mit meinem wunderbaren Partner Nizar und Cheyern. Die Folge geht gleich los, ja. Wir haben aber was Großartiges. Die Leute auf Insta wissen schon Bescheid. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe und kommt alle da rein. Es ist super lustig und es wird sehr geile Infos da geben. Keiner sieht eure Nummer, ja. Keiner, das ist undercover, anonym für uns. Und wir können da viel lästern über andere Leute. Ich werde euch auch so andere Sachen reinschicken. Link in der Beschreibung, klickt drauf und ihr kommt automatisch in die WhatsApp-Gruppe und verpasst es nicht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Meine, wolltest du was sagen? Meine Damen und Herren, was geht? Jawohl, das ist der Soul. Mein Name ist Nizar und das ist mein wunderbarer Partner, Cheyern. Sag nicht Partner. Denkt man immer, wir gehören zusammen. Ja, wir gehören zusammen. Bis in den Tod. Ich will nicht, dass das öffentlich ist. Ich will mein Privatleben. Wie bei diesen Bands, wenn so zwei Mitglieder zusammen sind, die sagen das nicht. Wie, gibt's sowas? Ja, ja. Lauren Hill hatte ja was mit Wycliffe Jean. Niemals. Doch, das weißt du, Mann. Was? Nein. Doch. Das ist einfach nur so Gerüchte. Nein, ehrlich jetzt. Da baue ich in einem Kreis, da Tannenbusch. Nein. Da, wo du warst. Nein. Du hast da gewohnt, ne? Ja. Aber nicht in dem Part, den du meinst. Ah, okay. Es gibt auch einen guten Part von Tannenbusch. Ach so. Die waren nicht zusammen. Tannenbusch Süd. Die haben so ein Ding gehabt, so ein... Techtelmechtel. Techtelmechtel. Ja. Wie, sagen wir noch? Bussariererei oder so? Ja, Techtelmechtel. Ist das ein Gerücht? Ne. Das ist... Du warst dabei. Ja. Und ich kann jetzt nichts sagen, weil... Guck mal bei... Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das ist das Problem. Es gibt zum Beispiel auch eine deutsche Band, die bestand aus Jungs und Mädchen. Ja. Und da war auch eine mit dem Tief zusammen. Und sogar mit zwei Mitgliedern. Das eine Mädchen? Ja. Mit zwei Mitgliedern? Ja, mit zwei Mitgliedern, mit denen sie in einer Band war. Aber nicht gleichzeitig? Nein. Ja. Okay, krass. Apropos, ähm... Guck mal, ich bin echt schockiert. Ja. Ich hab ja letzte Woche schon mal, äh... War letzte Woche, ja. Letzte Woche, die Didi? Nein. War letzte Woche? Es sind ja wieder neue Updates. Was mich wundert, ist, ich hätte das wirklich niemals gedacht. Niemals in meinem Leben. Ich dachte, deine Doku kommt früher als einer. Ja, war gut, gell? Ernsthaft, so. Ich bin schockiert, dass es da bei ihm doch schneller ging. Bruder, der macht einen geilen Gank. Und dann steht, den einfach stehen zu lassen, holt er sich noch so... Er sagt, er gibt sich selber diese Frops. Sagt, der war gut, ne? Weil keiner, keiner was gesagt hat. Und er erklärt es noch so, weil es kam einfach so aufwärts. Wir haben das schon mitbekommen. Achso, ja, der hat was gesagt. Wir haben doch gelacht. Ja, aber das hat mir nicht gerechnet. Ja, ja. Der war zu gut ausgedacht. Nein, das war echt gut. Voll, weil der... Was macht einen guten Gag aus? Das ist doch realitätsnah. Achso, ja. Also. Was ist da los? Erzähl mal. Du warst ja auf den Partys. Ja, ähm... Ja, was soll da los sein? Also der ist... Also da kommt ja... Ich habe heute zum Beispiel... Haben sich 120... Heute. Ja, ja, habe ich gesehen. 120 neue Opfer gemeldet. Ja. Genau, jetzt kam raus, dass er auch angeblich die mit Pferdebetäubungsmittel gefügig gemacht hat. Dann ist jetzt ein neunjähriger Junge involviert. Die Steinern. Ja, 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 auch. Also da, das stürzt jetzt. Und, äh... Ja, man hat zum Beispiel gesehen, Jay-Z hat Millionen von Followern verloren. Äh, Beyoncé hat Millionen von Followern verloren. Alle löschen ihre, äh, Tweets, ihre Posts, ihre... Also man sagt, Jay-Z ist abgetaucht? Abgetaucht bedeutet? Äh, das ist, wenn man ins Wasser springt. Genau diese Erklärung. Du wusstest, dass das kommt, ne? Nein. Äh, ja, ich denke, jetzt werden wirklich einige... Also diese Liste, es geht nur um diese Liste. Die Liste. Wer ist da drauf? So, DJ Desu hat mir heute, ne? Aber ich hab... Ey, schönen Grüß an DJ Desu. Äh, der hat mir heute geschickt... Ey, guck mal, sogar der war auf der Party. Dann schickt er mir einfach von so einer Hip-Hop-Gossip-Seite, Dance in Washington war auf diesen Partys. Dann hab ich gesagt, der wird niemals sowas gemacht haben. Guck mal, man darf hier eine Sache nicht unterscheiden. Also wir wollen das ja... Nee, man muss sie unterscheiden, meinst du? Ja, genau, sorry. Gut, dass wir uns hier einen Backup-Katalog aufgebaut haben. Ja. Ähm, man muss ja entscheiden, unterscheiden. Ja. Ist das richtig? Ja. Es gab ja zwei Arten von Partys. Genau, und das hab ich Desu auch gesagt. Und das wissen viele Leute nicht. Zum Beispiel Leonardo DiCaprio wurde dann angegriffen, da hat sein Pressesprecher direkt gesagt, ey, hört mal zu. Ich war vor, das war irgendeine Aftershow-Party von einem Grammy-Ding. Genau. Oder bei VMA so eine Pre-Party. Genau. Die er moderiert, man sind alle, da chillt man ja so. So, also Didi hatte immer zwei Arten von Partys gehabt. Ja, und es gibt... Einmal die offizielle. Genau, da war ich nie. Wo jeder, wo jeder, der ein bisschen bekannt ist, da war. Ja. Und es gab einmal diese Freak-Offs. Ja. Da war ich jetzt gerne gesehen, der Gast. So, und die waren exklusiver, und die waren auch immer im Geheimen. Das waren keine öffentlichen in einem Club. Ja. Sondern das waren meistens so Haus-Partys. Ja, genau. Genau. Da lief viel Hausmusik. Lieft das da rum? Was? Lieft die Hausmusik? Ja, die lief da rum, genau, die Hausmusik. So eine Note. Die lief überall rum. Aber das muss man erst mal unterscheiden. Ja. Dann, was man jetzt, äh, die, ähm, die Zeitung, wie heißt die? Die Newspapers. Ja, die CBS Channel 4, oder wie die alle heißen. Ja, das war drei Tage. So, wie die heißen. Ja. Die haben ja eine Umfrage gestartet. Ja. Hast du das gesehen? Nein. Findet ihr die schuldig oder nicht schuldig? Ja. Und das war echt erschreckend. Ja. Es war 50-50. 50 sagen, ja, weil er ein paar Politikerfallen sehen kann. Also, fallen lassen kann. Ja. Deswegen wird ihm das vorgeworfen. Nee. Dann schreiben Leute, nein, das war der, ich war ein Fan jahrelang, jetzt glaube ich das. Ja, weil du dann ein Fan bist. Da war aber ein Kommentar, ein Kommentar, der war schon sehr stark. Ja. Und diesen Kommentar würde ich gerne heute mit dir besprechen. Mhm. Und da hat jemand geschrieben, ey, egal ob das alles stimmt. Ja. Egal, ob das alles stimmt. Und egal, ob es Cassie ist, der ist, alle. Bei so vielen Leuten muss was stimmen. Es geht nicht anders mehr. Ja. Also, es kann nicht sein, dass alles gelogen ist. Der sagt, ob jetzt, ob es wahr ist mit Mick Mill zum Beispiel. Ist egal, ob es wahr ist oder nicht. Bei Cassie, ja, vielleicht waren die beide toxisch. Jetzt kommt raus, Cassie hat sie auch geschlagen. Cassie hat ihn auch geschlagen, ja. Zum Beispiel. Ja, stimmt. Aber egal, was man alles schlecht redet, Sachen müssen da stimmen, weil es einfach zu viel an der Zahl ist. Ja, genau, aber vielleicht stimmen nur diese Sachen, die eigentlich nicht strafrechtlich relevant sind, weil, was, die sind jetzt auch nicht mehr viele, aber die Leute, die so ein bisschen, die die verteidigen, was die sagen, sagen, ey, vielleicht ist es einfach ein perverser, dreckiger Typ, der hat diese Freak-Offs gemacht, immer mit, alle waren einverstanden, die Frauen waren einfach, und wir wissen ja, das gibt es ja. Ja, also es ist sogar, es gibt sogar ohne Ende einfach Frauen, die sich anziehen lassen von Ruhm und von Geld, und die kommen da hin und machen mit, und wenn alle ja im Einklang sind, warum wird er dafür bestraft, weil es gibt also, es gab auch einen Journalist, der sich gemeldet hat, der so, Didi macht das, wofür Stars bekannt sind, der so, Didi macht das, was man seit Jahrzehnten in Hip-Hop-Videos sieht, zwei Rapper vorne, die Alkohol sprühen lassen und begießen und hinten tanzen halbnackte Frauen rum, ne, und, äh, warum soll das verwerflich sein? Okay. Das wird ja sowieso propagiert. Das heißt, wenn jetzt die Kameraaufnahmen, wo auch ganz viele Leute jetzt... Aus Tunesien sind. Nein. Ganz viele Leute angeblich gerade die Tapes abkaufen wollen, weil sie sagen, ich bin da drauf. Angeblich, äh, äh, Kim Kardashian hat über 200 Unterlassungsklagen schon rausgehauen. Ja, haben wir überredet, ja. Und jetzt gibt es auch die Info, dass sie mehrere Millionen Dollar für das Tape bezahlen will, dass das nicht rauskommt, dass es nicht benutzt wird. Ja, ja. Und das haben einige Prominente gemacht. Jetzt aber, jetzt sind wir die, also sagen wir mal, die Tapes werden gesichtet. Jetzt siehst du auf dem Video diese ganz perversen, ekelhaften Drecks, also der ist ja ein Drecks-Typ, ja? Ja. Und wir mögen den ja nicht und der ist ja absoluter Schmutz. Ja. Aber schon seit 20 Jahren denken wir so. Genau. Zwar jetzt nicht erst überraschend. Seit 30 sogar, ja. So, ja. Ich bin ein bisschen jünger als du. Ja, stimmt. Zehn Jahre. Ähm, deswegen... Das war doch geil. Jetzt kommt aus den Videos hervor, man sieht diese ekelhaften perverse Dinge, man sieht Drogenkonsum, man sieht Alkohol, man sieht Männer mit Frauen, man sieht aber auf den Videos nicht, dass Didi die zwingt. Dann kann nichts passieren. Eigentlich, es sei denn, man will, weil wie gesagt, man versucht ja erstmal ein Prostitutionsding draus zu machen und die Prostitution ist in Amerika illegal. Also indem man sagt, er hat Frauen gezahlt, er hat Frauen einfliegen lassen, das versucht man. Dann wäre ja schon so oder so, auch wenn alle einverstanden sind, weil du das hier schon mal nicht machen darfst. Okay. Dann gibt es ja auch viele Frauen, die sich jetzt melden und sagen, ey, der hat uns unter Drogen gesetzt, die die Befürworter sagen, nee, das sind einfach, und die haben das freiwillig gemacht. Die will einfach bei Didi auf einer Party sein, das gibt es ja, dass so eine Frau schreibt und sagt... Okay, das heißt, für die Handlungen kann man ihn nicht straflich richtig verfolgen. Es sei denn, die sind zwanghaft geschehen, dass also nachgewiesen werden kann. Jede der Frauen ist nur dahin gegangen, weil sie sich als Sekretärin bei Bad Boy bewerben wollte und er hat sie unter Drogen gesetzt und dann Massenvergewaltigung. Dann ja. Dann ja. Okay, was ist mit diesen Anschuldigungen mit Usher und Justin Bieber? Dann wäre, ja, dann wäre ein Pädophiler und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja? Ja. Also man wirft ihnen ja kriminelle Strukturen vor. Genau. Deswegen ist das ja auch, glaube ich, ein Rico-Case. Ja, genau, weil es halt über mehrere Bundesstaaten ein Netzwerk gewesen sein soll, wo man Frauen hat einfliegen lassen, unter Drogen gesetzt hat und sie dann vergewaltigt hat. Dann habe ich gestern mit Reda auch mitbekommen, dass J-Lo von allem angeblich weiß. Klar. Und die sogar teilweise den unterstützt hat. Ja klar, die war ja auch verheiratet mit dem. Die waren... Die married. Die haben die nicht verheiratet, nur zusammen, ne? Ja. Ja, aber die waren zusammen, ja. Und zum Beispiel Didi hat ja im Club angeblich auf jemanden geschossen. Hat er. Und dann ist Schein dafür in den Knast gegangen. Genau. Ja. Aber wir wissen es ja bis heute nicht. Es wird ja nie bewiesen. Doch, die Zeugin, die ins Gesicht geschossen wurde von Didi, hat... Ja, das hat sie vor Gericht gesagt, aber die haben es ja nicht geglaubt. Genau. Weil dann ein anderer Zeuge kam und hat gesagt, nein, ich habe gesehen, er war das. Genau, aber die haben sich jetzt auch alle gemeldet. Alle wurden bezahlt. Didi hat allen gedroht, bezahlt. Blablabla. Und Schein war ja der Bad-Boy-Künstler. Genau. Und Fristens Pilz in Köln. Und... Weißt du, wie lange der drin war? Schein? Ja. Zehn Jahre, glaube ich, oder so. Ja? Echt, seine Karriere war ja dann vorbei, ja. Und die sagen, J-Lo hat das unterstützt. Hat sie auch. Die musste ja mit aussagen. Die hat die Waffe mit reingebracht. Ja, wie jetzt genau die Einzelheiten waren, weiß ich nicht, aber die hat ja auch vor Gericht gelogen. Guck mal, alle Bad-Boy-Künstler, das ist jetzt, guck mal, wenn du deine Mitarbeiter schlecht behandelst. Deswegen vergiss nie. Guck mal, alle sprechen sich jetzt gegen ihn. Weil alle sind ja irgendwie, haben einen Schaden davon getragen. Ob Loon, Mace, The Lux, Shine, Craig Mack, Black Rob, alle gestorben, krank, broke, abgezogen, drehen durch irgendwas. Wir haben irgendwann mal eine Folge hier im Podcast gehabt, ich weiß nicht mehr welche, die ist aber auch schon zwei Jahre her, glaube ich, da sagst du das sogar. Ja, der Bad-Boy-Fluch, so nennt man das, ja. Ja, dass alle Bad-Boy-Künstler danach entweder zu Religion finden. Shine ist orthodoxer Jude geworden, Mace ist Pastor geworden, christlicher Prediger, Loon ist Muslim geworden, ne. Ja, sie sind alle, werden religiös, kommen in den Knast, sterben, immer ist irgendwas. Dann sagt man, seine Ex-Frau, also die Mutter seiner Kinder, ist ja an einer Lungenentzündung gestorben, eine Lungenentzündung, aber der erste Autopsiebericht vom Arzt, da stand drin, dass da so ganz überdimensionale Substanzen drin waren, Überdosis. Genau, und die ist ja auch auf einmal ganz plötzlich gestorben, ne, es gab keine Ahnung, die hat ja ein Buch geschrieben. Genau, aber das, es gibt einen Vertrieb, der behauptet, dass das ihr Tagebuch ist. Aber da haben sie jetzt, hat sich jetzt zum Beispiel ihre Familie gemeldet und hat gesagt, das stimmt nicht, die hat nichts hinterlassen. Ah, okay. Okay. Ah, wer weiß. Wer weiß, du kannst Leute für alles zahlen, ne. Lass uns nicht vergessen, dass der Vater, war das der eigene Vater? Der Vater von dem ersten, nicht dem ersten Opfer, aber bei R. Kellys erster Verhandlung 2002, 2003, das minderjährige Mädchen auf dem Video, der eigene Vater war vor Gericht und hat gesagt, das ist nicht meine Tochter. Der eigene Vater. Weil er Kohle gekriegt hat. Ja. Das heißt, das stimmt, also nur weil ihre Familie jetzt sagt, nee, die hat, kann es alles haben. Amerikaner sind da eh nochmal ein bisschen eigen. Dann gab es eine Schießerei in so einem Tonstudio. Ja. Auf einmal mit seinem Sohn, Justin Combs. Ja. Und da sagt auch dieser Little Rod, das ist ja der Produzent, der sozusagen die größte Klage gegen Didi gemacht hat. Ah, der hat gesagt, Didi hat mich sexuell missbraucht. Genau. Und immer angefasst. Und er sagt, ey, ich war im Studio und dann habe ich Schreierei gehört, gehe ich ins Bad, sieht, der Typ ist auf dem Boden mit einem Schuss im Bein und Didi und sein Sohn haben mit ihm diskutiert. Und angeblich, sein Sohn soll ja auch so, der das alles mit organisiert. Also für seinen eigenen Vater sozusagen. Ja, kann ich dir vorstellen, wenn du so als reicher Schnösel, die haben ja eh, ist ja schwer, wenn du so einen Vater hast, dass du korrekt wirst. Ja. So, es wird ihnen einiges vorgerufen. Einiges. Ja. Von Minderjährigen. Alles dabei. Alles dabei. So. Ja. Okay. Ja. Dann Jay-Z soll, also nee, warte, bevor ich mit Jay-Z anfange, da gibt es jetzt auf TikTok, also auch bitte, auf TikTok gibt es eine Liste, die die ganze Zeit verteilt wird. Die Liste ist von keiner geheimen Home-Security-Akte, sondern es war eine Liste, wo er vor drei, vier Jahren zu seinem runden Geburtstag Leute eingeladen hat und die Namen öffentlich vorgelesen hat, mit seiner Tochter zusammen. Um die öffentlich einzuladen hat, um die öffentlich einzuladen, um die öffentlich einzuladen. Jetzt gibt es aber Verschwörungstheoretiker, die sagen, er hat die Liste nur im Internet vorgelesen. Warum liest du eine private Einladungsliste im Internet vor? Das war eigentlich eine Warnung an die Leute. Ey, ich lade euch alle ein. Ihr wisst, ich habe alles über euch. Nochmal so als Erinnerung. Das sagen Verschwörungstheoretiker. Die anderen sagen, das war die Liste, wer so immer da ein- und ausgegangen ist. Und diese Liste ist gerade bei TikTok, wo dann auch Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg draufsteht, deswegen sagen die dann, die waren auch dabei. Also das muss man ein bisschen differenzieren. Also glaubt nicht direkt immer alles, was ihr auf TikTok seht. Wissen tun wir ja eh nichts. Wir können nur spekulieren. Wir können nur spekulieren. Da werden auch Namen drauf sein, wo wir niemals denken würden, dass sie es sind. Also Mark Wahlberg, zum Beispiel DJ Khaled. DJ Khaled war auf 700 Partys von Didi und umgekehrt. Also das ist kein überraschender Name. Ja, für mich wäre auch DJ Khaled, selbst wenn er ihn nur kennt, weil der ist für mich eh kein Typ, den ich moralisch für ein Vorbild halte. Das heißt, das würde mich gar nicht wundern, dass er sich so sagt. Aber stell dir mal vor, da kommt so Morgan Freeman. Ja, Morgan Freemans Image ist aber sowieso ein bisschen angekratzt. Ehrlich? Ja, weil der hat doch seine Stieftochter geheiratet. Und hat, äh, ja, ja. Das heißt, Morgan Freeman ist nicht dieser ganz saubere... Stieftochter geheiratet? Ja, irgendwie sowas. Google mal Reda. Boah, warum weißt du immer so komische Sachen? Ja, ich hab... Refugees. Ja, ich hab... Morgan Freeman, Stieftochter, irgendwie sowas. Stepdaughter. Ja. Married Stepdaughter, irgendwie sowas. Jetzt bin ich... Jetzt... Oder irgendwas Schlimmeres sogar. Stiefenkelin? Das ist ja noch... Noch schlimmer. Was? Alter, was? Les mal bitte. Ich wusste, dass da irgendwas war. Ja, erzähl mal bitte. Das ist jetzt, oh Gott, ist noch schlimmer. Morgan Freeman macht in den USA Schlagzeilen damit, dass er offenbar seine 27-jährige Stiefenkelin heiraten will. Stiefenkelin, warte, damit wir kurz zusammenkommen. Stiefenkelin ist von seiner Frau das Enkelkind. Nein, Stief erst mal. Ja, genau, von seiner Frau, also nicht seins. Er ist nicht blutverwandt. Weil wenn es sein Enkelkind wäre, wäre es das Kind seiner Kinder. Das heißt, er hat eine Frau geheiratet? Die ein Kind mitgebracht hat? Und von ihr das Kind hat er dann geheiratet und hat sich dann von der verheirateten Frau getrennt. Genau, das ist Morgan Freeman, meine Damen und Herren. Der hat seit 10 Jahren eine Beziehung mit der... Genau, genau, er hat... Was? Die war 17. Als er mit ihr zusammengekommen ist? Wie alt ist der? Der ist doch so... Guck mal, da steht, was ich gerade gelesen habe, ein 27-jähriger Stiefenkelin heiraten will, der 72-jährige Schauspieler habe seit 10 Jahren eine Beziehung zu Idéna Heinz meldet, ein US-Magazin. Genau, hat er seine Frau mit der Enkelin betrogen? War da sowas irgendwie? Also ist es ja trotzdem unsauber, ob er sich vorher mit ihr trennt oder... Da wird ja was gelaufen sein. Weil sie kann ja nur seine Stiefenkelin sein, das müssen wir mal betonen, wenn ihre Oma seine Ehefrau war. Das heißt, selbst wenn sie nur zusammen gewesen wären, ist das nicht seine Stiefenkelin. Das heißt, es ist seine Stiefenkelin, weil der mit ihrer Oma verheiratet war. Er zog sie wie deine eigene Tochter auf. Genau, das war's. Die hat bei denen zu Hause gelebt. Er zog sie wie eine Tochter auf und ist mit ihr zusammen. Morgan Freeman. Das heißt, das würde mich gar nicht wundern. Was ein ekelhafter. Ja, deswegen diese Stars. Weißt du, da gibt es ja auch in Deutschland so eine Geschichte, wo, ich glaube, ein 25-Jähriger, eine 14-Jährige schon mit ihr zusammen war. Ja. 25 und 14 und jetzt heute glücklich auf Polizistenpaar macht. Ja? Ja, gibt's auch. Das ist ja auch. Ist das auch schon ein bisschen... Ja, aber ich finde das trotzdem schlimmer. Aber das finde ich auch nicht ganz sauber. Ja, ja, nicht ganz sauber, das stimmt. Also man muss ein bisschen mal gucken, was die Moral angeht. Ja, ja, den Stars, also nehmt euch Stars nicht als Vorbilder. Auch uns nicht. Ich bin doch gar kein Vorbild, Alter. So. Also, dann nehmen wir mal morgen vor. Denzel würde mich verletzen. Ja, mich auch. Weil da hat man noch nie was gehört. Naja, Denzel würde mich verletzen. Aber zum Beispiel, guck mal. Aber ich bin bei meinen Stars, Leute, bin ich safe. Ich weiß, dass Stallone nicht da ist. Ich weiß, dass Jackie Chan nicht da ist. Dass so ein Van Damme nicht da sein wird. Ich weiß das. Aber weißt du, was ich auch mit ein paar Leuten besprochen habe? Die so, ey, hast du das von Didi gehört? Und jetzt ungelogen, nicht um cool zu machen, du ja noch früher. Ich wusste das schon mit 15, dass der so ein dreckiger Typ ist. Ja, ja. Weil alle meine Lieblingsrapper haben das schon gesagt. Eben. Erstens das. Und zweitens ist, man muss sagen, auch wenn das hart klingt, ne, es geht nicht darum, Sexualstraftaten, also gar nicht die zu relativieren. Aber jetzt ernst, ich habe auch die Meinung, dass das ist, was so die Stars da machen. Die machen das alle. Ja, verstehst du? Also ich habe nicht dieses, das hat Didi gemacht, sondern, ja, es ist schlimm, aber die machen das. Jay-Z wird ja vorgeworfen, also Jay-Z wird ja nur eine Sache vorgeworfen, das ist schon das Schlimmste, aber da wird ja jetzt keine Kriminalität, und da wird vorgeworfen, dass er in seinen jungen Jahren, wo er so 25, 28, 29 war, immer junge Mädels hatte, mit 16, 17, 15, so wie R. Kelly Style. Ja, aber da bin ich so, dass ich sage, wie ist, weil man weiß das, die Legalität, Legalität im Staat, ne, weil wir wissen, dass es Staaten gibt, da ist diese Beziehung, wenn du 17 bist, und der Mann ist jetzt 28, dann ist die legitimiert, dann ist die sogar legal vom Staat, die dürfen offiziell zusammen sein, die dürfen sogar heiraten. Dann denke ich dann ja, was juckt dich das? Ist ja erlaubt, der hat ja kein Gesetz gebrochen. Aber das muss man kontrollieren. Wenn es illegal ist, ist es natürlich illegal, ne, deswegen, da bin ich mir nicht sicher, ob Jay-Z was Illegales gemacht hat. Stell dir mal vor, der war so mitorganisiert, der ist der Vater von alles. Ja, das wäre, dann würde sich auch Beyonce direkt von ihm trennen, ne? Ja, aber nur um ihr Image zu retten. Ja, ja. Nicht, was sie, die würde sich direkt scheiden lassen. So, da muss man halt gucken. Und wie gesagt, es ist halt für mich immer, also für mich persönlich, sage ich, wenn du 23 bist und mit einer 17-Jährigen zusammen bist, ist es für mich anders, als wenn du 70 bist und mit einer 15-Jährigen zusammenkommst. Das ist immer noch anders. Verstehst du, was ich versuche zu sagen? Ja. Ich überlege, wie weit reicht das? Stell dir mal vor, durch Didi, also du hast ja Didis Aussage von seinen Anwälten gehört. Dass er reden will. Dass er sagt, ich rede, ich werde beweisen, dass das alles nur Ding ist. Und ich habe, also die sagen, ich habe unangefochtene Beweise, dass das alles Gelaber ist. Ihr wollt mich einfach nur stürzen. Ja. Und ich werde alles sagen. Denkst du, ein Typ, so A. Kelly hat nicht so geredet, ne? Doch. A. Kelly hat so gesagt, ich bin nur unschuldig oder nicht? Ja, ich bin unschuldig und ich werde meine Unschuld beweisen, genau. Genau. Sein Anwalt, der hat so geredet, ob die wirklich was haben, ne? Guck mal, zum Beispiel, es gibt, äh, es gibt ja auch, äh, was heißt, ich mag nicht das Wort so Verschwörung sagen, aber es gibt ja auch die Meinung. Ist besser. Dass man sagt, das habe ich sogar erzählt in der letzten Folge, ne? Mit Chiroc, mit dem, Ja, ja, genau. Muss man auch gucken. Aber, ich glaube nicht, dass Didi seine Unschuld beweisen kann, weil, da ist so ein Rattenschwanz dran. Denkst du aber nicht, dass er seit 20 Jahren, nicht gelernt hat, ein ganzes Team, sagen, ey, egal was du gemacht hast, du hast nie eine Nachricht selber geschrieben, du hast nie ein Ticket selber gewohnt. Du weißt, diese Leute sind doch grössend wahnsinnig. Wenn er doch so bedacht ist und so ein Genie, warum verprügelst du deine Freundin in der Hotellobby, wo du weißt, dass Kameras sind? Er hat es ja abgekauft. Ja, aber es ist trotzdem unvorsichtig. Denkst du nicht, aus der Sache, aus dem Gericht, sieht man so, ey, das kann man nicht beweisen, das kann man nicht beweisen, das kann man nicht beweisen, da reicht das nicht, da reicht das nicht. Doch, denke ich, aber... Denkst du, das könnte passieren? Ja, aber es ist wie bei Will Kospi, wenn dann mittlerweile irgendwann 300 Klicker sind. Okay, du beweist 80 Lügen, wirst du es schaffen, 300 als Lügen. Das ist es, das ist die Menge. Die Menge, ja man, die Menge macht es. Das ist es so. Ist das jetzt, äh... Was ist, wenn Diddy, jetzt ernsthaft, also wir mögen den ja sowieso nicht, aber einfach nur ein perverser Freak ist. Sollte er dann bestraft werden? Nicht jetzt, was wir denken, sondern weil es ist ja legal. Wie ich mit dem Beispiel gebracht habe, ja, wenn Jay-Z eine 17-Jährige hat, aber das ist legal. Ja, aber was ist ja nicht egal, sie zu zwingen, mit einem anderen Mann zu schlafen? das nicht. Genau, aber was, wenn es so Freak-Partys sind, wie Swinger, wo alle freiwillig mitgemacht haben? Das meine ich. Aber das ist ja halt nicht so. Das sagen die. Die sagen, er hat, also er hat das geil gefunden, ja, es aufzunehmen, dabei selber Hand anzulegen, ja, weil er gesagt hat, ich zwinge Jennifer Lopez. Ja, ja, das hat ihm diese Macht, hat ihn Angst. Diese Macht. Sie ist ein Weltstar und ich zwinge sie mit so einem ekelhaften Sexarbeiter. so einem Typ, der im Kiosk arbeitet. Genau. Mit so einem ekelhaften, das hat ihn angeturnt. Ja. Ich bewundere ihn. Nein, Spaß. Nein, wie kann ich das anturnen? Also ich versuche, ich frage mich, wie kann ich das anturnen? Ja, wie können ekelhafte Perverse auf Kinder stehen? Guck mal, jeder hat Leichen im Keller. Aber wenn wir jetzt über so Sachen reden, die dich so mental befriedigen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel so einen geilen Actionfilm gucke, ne? Ich frage mich da, weil J-Lo ist ja in der Phase nicht irgendeine für ihn gewesen. Selbst wenn sie irgendeine gewesen wäre, könnte ich es immer noch nicht nachvollziehen. Aber hier ist, ist ja deine Partnerin. Wieso? Gibt dir das was, wenn ein... Ja, es gibt Leute, ich würde ja gerne unbedingt mal ein Zwingerpaar einladen, aber du willst ja nicht. So ein bisschen Anstand habe auch ich, ne? So ein Zwinger, einfach mal nur erzählen. Hey, cool. Das ist verrückt. Wie soll das gehen? Geht schon. Ja, gehen tut einiges. So, nee, das ist... Das ist doch, guck mal. Ich glaube einfach, das ist eine psychische Erkrankung. Ja. Das ist eine psychische Erkrankung. Nicht, um ihn zu verteidigen. Also, gerade ich als riesen Tupac-Fan. Nee. Und ich glaube sogar auch, dass er packt, also... Gekillt hat, 100%. Das haben wir auch schon immer gesagt. Also, wenn er lebenslänglich reinkommt, freue ich mich sogar. Ja. Aber für den Mord an Tupac. Genau. Was, wenn aber diese Sexualsachen jetzt wirklich freiwillig getan hat und alle sind einfach Freaks, was wir wissen. Guck mal, nicht nur in Hollywood und Stars sind Freaks, bevor uns jemand... Freaks gibt es über Fall in der Menschheit. Aber die haben das Geld und die Macht, es umzusetzen. Guck mal, allein... Es gibt so viele Bereiche, was mit Medien Geld zu tun hat. Du siehst ja auch alleine... Guck mal, geh mir mal von diesem ganzen Trubel Diddy weg. Geh mal in anderen Ländern. Was für Frauen sind da auf den Yachten? Das siehst du. Ja. Das gibt es ja. Das gibt's. Das ist eine Influencerin mit 120.000 Follower oder 150. Ja, klar. Der Typ schreibt die an und sagt, ey, ich lass dich einfliegen, Business Class. Danke. Oder First Class. Komm mal ein Wochenende. Dann geht die hin. Das muss nicht eine sein, die eine Prostituierte ist. Ja, genau. Dann geht die da hin, ja. Mach das, nimm doch den Ruhm mit. Genau. Und wer hat mehr Ruhm, Geld und Macht und Möglichkeiten? Sonst ist das ein Diddy. Also es ist so, wie gesagt, es geht nicht um die Verteidigung, sondern es geht, ein Diddy findet nicht 300, der findet wirklich 5000 Frauen, die das freiwillig machen. Er muss sie nicht zahlen. Er sagt nur, ich lass dich einfliegen. Er kann einfach in China sich die zehn schönsten China-Influencer suchen, die hundert schönsten aus China, die hundert schönsten aus Pakistan, die hundert schönsten aus Russland, die hundert schönsten, und sagt, ey, wollt ihr auf meine Party? Ich zahle alles, ohne denen Geld zu geben und die würden diese Sachen machen. Ja, jetzt, klar, man darf diese Leute, guck mal, weißt du, was das Problem an dieser ganzen Sache ist? Das Problem ist, wenn hundert Frauen das freiwillig gemacht haben, nur eine nicht. Ja, genau, dann bist du am Arsch. Ja, aber diese eine hört man nicht. Wie unterscheidet man die eine, die wirklich gezwungen worden ist? Das ist das Problem. kann ich nicht beantworten. Sehr gut. Weil eine ist jetzt schon zu viel. Ja, klar. Das heißt, wenn wir jetzt... Für eine musst du auch bestraft werden. Genau. Und wenn wir jetzt darüber reden, sagen wir mal, hundert scharfe Lügen, aber der hunderte, sag die Wahrheit, ich hab mich irgendwann angeeckelt von ihm, ich wollte nicht. Dann hat er die Tür zugemacht, hat er gesagt, trink das. Genau. Ja, das glaube ich, dass es das auch gibt. Ich schwöre dir, ich glaube, dass es diese Frauen gibt, die wirklich hinfliegen, ey, geil, die hat mir geschrieben, wir wissen ja, wie die sind. Blablabla, fliegen hin, machen sich, und als sie da sind, dass dann alles sehen, sagen, ich will doch nicht. Nee, ich hab's mir anders, ich dachte, ich kann, aber ich kann einfach nicht. Gib dir, Leute entscheiden sich um. Ob er das dann zulässt und sag, hör mal zu, ich hab dich gerade von London einfliegen lassen mit Privatjet, du schläfst hier in einem teuersten Hotel, du bist hier, denk wie, geht nicht. Das glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Weil der hat so Ausrüstung. Weil diese, dann kommt der Stolz. Guck mal, der hat jetzt von allem profitiert. Jetzt aber die Frage, guck mal, diese Freak-Off-Partys gibt's ja seit den 90ern. Ja. Selbst wir, die nur zweimal davon fassen, selbst wir, die in Deutschland leben, nichts mit dieser Szene zu tun haben. Nichts mit Hollywood. Wir haben nicht mal einen Anker dahin. Ja. Wir haben das mitbekommen. Aber die aus Arizona, Colorado, die wusste nicht, was eine Freak-Off-Party ist. Und diese Freak-Off-Party Also warum sind die weiter gefüllt gewesen? Ja, das ist ja das. Das heißt, also ich halte Didi wirklich für einen ganz ekelhaften Typen. Schmutz. Ich glaube auch, dass der Knast verdient. Aber ich glaube, es wird heißer gekocht, als gegessen wird. Weil das gibt, das wissen wir auch den Deutschen, dass das gibt. Fußballer, Rapper, die so Partys machen und man muss ehrlich sagen, die sind ja keine Massenvergewaltiger, die meisten. Viel geschieht freiwillig. Wenn ein Rapper oder ein Fußballer aus Deutschland eine Party macht, so was macht der? Er lädt 300 sehr attraktive Frauen ein, weil das gut fürs Bild ist. Und 50 Männer. Genau. Damit auch das gleich geht. Und alle wissen, warum die da sind. Um Party zu tun. Genau. Um zu tanzen. Coole Songs. Zu tanzen. Ja. Bisschen Alkohol. Genau. Natürlich. Und dann gibt es eine kleine Gruppierung, wahrscheinlich, die gesagt hat, es gibt nochmal eine Afterparty. Genau. Kommt ihr mit? Kommt ihr mit. Genau. Und dann, ja, das heißt, man muss natürlich sagen, eine Frau hat heutzutage medial wirklich die Macht, dein Leben zu zerstören. Ja, aber es ist immer eine, die wirklich die Wahrheit hat. Das ist halt das Problem. Das ist das Traurige. Wenn es nur eine ist, dann kann man immer sagen, ey, sein Leben wurde zerstört oder so, aber bei 400, und wie gesagt, was du gesagt hast, bringt so einen Punkt, wenn es 8000 Frauen sind und eine wurde gezwungen, dann ist eine schon zu viel. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt mal schneller gehen wird, aber so wie es aussieht, dauert es noch Jahre. Ja, das wird Jahre gehen. Also wirklich Jahre. Drei, vier Jahre. Die ganzen Beweise, was passiert. Wenn es so sein sollte, dass wirklich Politiker und mächtige Leute, Plattenbosse und so, davon Schaden kriegen können, bin ich immer noch überzeugt, dass sie ihn töten werden. Wer weiß, wer weiß, was da passiert. Aber es ist schon, aussichtslos. Aber wenn Didi wirklich sterben sollte, ob Suizid angeblich, klar, er hängt sich natürlich, oder irgendwie Herzinfarkt oder Lungen, dann weißt du, da wird kalt gemacht. Ja, aber du, wenn wir sagen, sind wir wieder Schwurbler. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in so einem Internetseiter, wo alles beobachtet wird, machen die immer noch. Haben die bei Epstein auch gemacht. Denkst du? Klar. Wer glaubt, dass Epstein sich erhängt hat? Ja, vielleicht konnte er nicht diese Blöße. Bruder, du erhängst dich, wenn nur Kabelfernseher abgeht. Ja, aber das ist, in meinem privaten Leben kann ich mich ja auch erhängen. In den Knast, bevor du in die Zelle kommst, die gucken in deinen Anus sogar rein. Mit was soll er sich erhangen haben? Mit der Bettdecke oder nicht? War das nicht mit der Bettleine? Du weißt, dass sogar die geprüft werden, dass das so... Aber wir haben einen Experten für Epstein. Ja? Ja. Einen Experten, der uns genau erklären kann, was da passiert ist. Ah, Dings? Ja. Der Tahir, ne? Ja. Ja, schöne Grüße. Ja, der soll mal kommen. Ja, der kommt vor. Der kann alles erklären. Ja, ja. Recherche über Monate. Genau, weil er ein Journalist ist. Genau. Also, Tahir kommt vorbei. Aber ist das so für dich, dass du sagst, egal was Leute sagen, ja, wenn Didi jetzt stirbt auf einmal, weil es wird ja nicht sein, er hat eine Kugel in den Kopf bekommen, er begeht Suizid. Gibt es die Möglichkeit, die du offen lässt, dass du sagst, okay, es war ihm zu viel, er will nicht, er hat sich umgebracht, oder bist du dann überzeugt? Nein. Nein. Es ist wie vorhin das Thema. Es gab genug Frauen, die da freiwillig hingegangen sind, aber ich denke auch, es gab Frauen, die nicht freiwillig da waren. Genau, genau, genau. Und genau so. Es gibt Leute, es gibt Situationen, wo ich sage, ja... Stopp, da will ich kurz einklinken. Sorry. Ich glaube wirklich, alle waren da freiwillig, aber es wird welche gegeben, die gezwungen worden sind, Sachen zu machen, die sie nicht wollten. Das ist klar. Weil wie will er jemanden zwingen, dahin zu kommen? Das, glaubst du auch, da hat er das gemacht? Ja, klar. Wie? Gibt es zum Beispiel die eine, die bei dem Musikvideo einfach war, wo er gesagt hat, ey, lass mal was machen. Hat sie gesagt, nein, ich will nicht. Dann hat er gemeint, nur ein Essen, wie bei Cassie. Ja. Nein, ich will nicht. Drei, vier Mal, ich hole mich mit Limousine ab. Ja. Irgendwann ist sie eingeknickt. Aber ist es dann nicht auch freiwillig dann? Ja, aber das ist schon so emotionaler Druck. Ja, ja. Ja. Und dann ist sie ins Restaurant, nur mit ihm ein Abendessen. Also da hat er sie überredet bekommen. Genau. Ja. Und dann war er charmant, er war lustig. Und dann hat sie gesagt, ich geh auf die Toilette, mich frisch machen. Dann kam sie zurück, hat zu Ende gegessen, zu Ende getrunken. Im Auto sagt sie, ich hab Filmriss. Ich weiß nicht mal, was ist. Dann hat er was reingemacht. Irgendwas reingemacht. Ja, okay. Er wacht auf, sie war komplett am Arsch. Dann nicht freiwillig, ja. Das stimmt. Und er hat sie dann aufgenommen und hat gesagt, ey, hör mal zu, ich hab das jetzt. Wenn du nicht noch weiter mit mir zusammen bist, dann denk. Was für ein Typ, Alter. Dreck. Aber wie kannst du das, wieso machst du so Sachen, wenn du Didi bist? Was denkst du? Ja, das sind alle, die haben alle so ein Machtverhältnis. Deswegen will ich irgendwann so reich werden, um zu gucken, ob ich wirklich so wäre. Genau, nur als der, nur das. Das ist der einzige Grund. Also du willst den Charakter testen, der testet sich selber. Du warst für ein großartiger Mann. Ich will nur reich werden, um sich selbst zu testen. Also unterstützt das. Kommt auf Tour, meine Damen und Herren. Kommt auf Tour. Dann können wir darüber oft nochmal reden. Also, wir sind am 21. Elften in Oberhausen. 22. Elfte sind wir in Hamburg. Holt euch Tickets, damit er diesen Charaktertest, das ist ja für die Zukunft, für die Menschheit. 21. Elfte sind wir in Berlin. Dann sind wir am 28. Elften in Stuttgart, Stuggitown. Frankfurt ist erster ausverkauft. Zweite Zusatzshow. gibt es noch ein paar Tickets. Also, es ist nur noch ein paar Tage. Also, ich glaube, 50 Tage noch. Irgendwie 50 Tage, dann geht die Tour los. Das heißt, es ist nicht mehr so lange. Eineinhalb Monate. Ich bin auch auf Tour, meine Damen und Herren. Stand-Up-Comedy vom Feinsten kommt vorbei. Würde mich freuen. Geht auf www.nisa.tv Deutschland, Schweiz, Österreich. Ich bin überall. Würde mich freuen, euch da zu sehen. Und dann reden wir wieder über einige Sachen, die letzten Wochen passiert sind. draufklicken und ja. War immer, wir werden euch mit Didi auf jeden Fall am aktuellsten. Ja, genau. Immer die neuesten Sachen werden wir besprechen. Also, macht's gut. Danke dir, Nisa. Ich danke dir auch. Dankeschön. Und ich freue mich auf deine Doku. Ja, ich auch. Die wird aber nur wissen, warum ihr die handeln wollt. So, irgendwann heirate ich und dann wird die Frau sagen, weil ich so berüchtigt bin, ich habe ihn verlassen. Warum? Der sitzt den ganzen Tag im Zimmer, guckt Spider-Man. Nee, ich glaube, es ist eine andere Doku. Er hat so Spider-Man in seinem Bett und macht so Liebungen. Er plüscht hier, er liest mir kommen. Also, macht's gut, ja. Bis dann. Ciao. So.